Ich freue mich, wenn ich wieder viele Gäste in der Stadt springen, begrüßen kann. MV-Reporterin Luisa besucht heute das Restaurant und Café Herzogliche Dampfwäscherei in Schwerin, eines der renommiertesten Häuser in der Landeshauptstadt. Hallöchen, ich bin heute wieder als MV-Reporterin unterwegs und treffe mich heute mit Christine Messerschmidt. Sie ist die Inhaberin vom Restaurant Herzogliche Dampfwäscherei hier in Schwerin und sie ist Gastronomin seit 20 Jahren. Seit 2013 betreibt sie das Restaurant mit ihrem Ehemann gemeinsam. Und ich frage sie jetzt mal, Christine, wie geht es dir überhaupt heute und wie ist denn der Umsatz so seit der Wiedereröffnung? Und wie kannst du das so ein bisschen beziffern? Ja, also heute geht es mir super, weil das Wetter natürlich auch super ist und ich sonst auch ein Sonnenkind bin. Aber man muss natürlich sagen, dass die Umsätze seit der Wiedereröffnung am 9. Mai überhaupt nicht vergleichbar sind mit dem, was vor Corona war oder was letztes Jahr im Mai war. Es ist aber ein Anfang und ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir als Unternehmen sind wir sehr herzlich mit unseren Gästen, haben viele Stammgäste und deswegen bin ich guter Dinge. Und die sind euch auch treu gewesen, die Stammgäste? Ja, also tatsächlich am 9. Mai haben wir gar nicht gewusst, was davon zukommen wird. Wir haben ein Barbecue installiert, was wir jeden Samstag machen und da sind tatsächlich sehr viele unserer Stammgäste gekommen. Und das war schön, bis auf, dass wir sie leider nicht umarmen konnten aufgrund der aktuellen Situation. Wer sich in Schwerin auskennt, weiß um die Geschichte der herzoglichen Dampfwäscherei. Wie der Name schon sagt, ließ einst der Hof der mecklenburgischen Fürsten seine Textilien im 1895 errichteten großherzoglichen Waschhaus reinigen. Nach der Abdankung der adligen Herrscher im Jahr 1918 wurde das Haus in den 1920er Jahren Sitz einer Brauerei. Auch in der DDR-Zeit wurde das Haus als Gastronomie genutzt. 2013 übernahmen Christine Messerschmidt und ihr Mann das Haus. Inzwischen eine siebenjährige Erfolgsgeschichte. Willkommenskultur wird hier groß geschrieben. Ich versuche schon täglich im Mittagsgeschäft oder im Abendgeschäft auch bei den Gästen zu sein, einfach mittendrin zu sein. Meine Mitarbeiter sind auch so, also wir haben uns irgendwie gefunden, dass sie auch so leben wie wir. Und das ist für uns Willkommenskultur, dass man ankommt, dass man weiß, man hat hier sozusagen so, Unser Slogan ist immer Welcome Home. Wir sind natürlich in einer touristisch sehr guten, frequentierten Lage, sodass man eigentlich sagen kann, es sind ungefähr 50-50. Die 50 Prozent der Touristen oder auch manchmal 60 im Sommer, die fehlen uns aktuell natürlich noch. Und unsere Stammgäste sind so süß, dass sie versuchen, Pückies täglich bei uns zu essen, um uns zu unterstützen. Also die kochen gar nicht mehr zu Hause oder die kommen nur zu uns? Im Moment offensichtlich nicht, ja. Trotz des großen Angebotes auch in Schildrien, aber toi, toi, toi. War schön. Ja, dann würde ich sagen, Christine, vielen Dank für den Einblick in dein Restaurant. Ich habe das sehr gefreut. Ich habe einen tollen Einblick bekommen und freue mich, wenn wir uns vielleicht mal wiedersehen oder du mich mal zum Essen einlädst. Sehr gerne. Oder mich mal bekochst. Das nächste Mal. Also kochen, das willst du nicht. Das macht mein Mann. Dann kocht dein Mann für mich, ist auch okay. Dann lass es so. Mein Mann kocht für uns und unsere Köche und wir beide schnattern. Das ist gut. Wir trinken auch mal in der Barwäsche. Genau. Okay, dass du da warst. Danke schön. Liebe Zuschauer, Sie haben gesehen den Einblick bei Christine Messerschmidt hier im schönen Restaurant Herzogliche Dampfwäscherei in Schwerin. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ich wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie es hübsch. Ihre MV Reporterin Luisa. Luisa und Christine brauchen uns nicht mehr. Themen gibt es ohne Ende. Unser Restaurant und Café Herzogliche Dampfwäscherei ist immer ein Besuch wert. Genauso wie das beeindruckende Architektur-, Seen- und Parkensemble von Schwerin. Die MV Reporter werden unterstützt durch die Landesmarketingkampagne Mecklenburg-Vorpommern. MV tut gut. Wie ist das? Den спасибо. Vielen Dank.